Die Hoffnung, dass da nichts passiert ist. So, weiter geht's mit Stefan Kraft. Ah, na der war fein, na der war fein. Für ihn war es heute perfekt gewesen. Aber was ist das jetzt für eine Bewegung? Ja, das wollte ich gerade sagen. Für ihn war es perfekt gewesen, wenn er heute Trainingssprünge gehabt hätte, dass er sich auf die Chancen einstellen kann, weil jetzt hat er angefangen, wirklich so Ski zu springen, wie er es kann. Und wenn du im ersten Wertungsdurchgang schon das Gefühl hast, dann war er weiter vorne. Ja, ich hätte mir ganz ehrlich gesagt eher so eine Reaktion erwartet. Aber da ist sie jetzt auch ein bisschen gesickert. 230,5 Meter Rang 1 für Stefan Kraft. Auch da ist jetzt noch eine Rangverbesserung in jedem Fall drinnen.